Musik Es waren einmal zwei freche Teufelchen, die hießen Pechschwärzel und Boxbärtel und lebten in der Hölle. Sie hatten nichts anderes im Sinn, als Streiche zu spielen und Unsinn zu treiben. Vom Himmel wollten sie nichts wissen, aber auf der Erde, da gefiel es ihnen gut. Da durften sie sich herumtummeln und ihren Spuk treiben, nach Herzenslust. Nur wenn Weihnachtszeit war, mitten im Winter, sollten sie zu Hause bleiben. Und wenn sie fragten, warum, so brummte die Großmutter. Ihr seid noch zu klein, noch nicht hart genug. Wenn ihr jetzt zu den Menschen lauft, kommt ihr mir womöglich nicht mehr wieder. Einmal waren sie aus Vorsicht eingesperrt worden, weil gerade niemand Zeit hatte, auf sie zu achten. Da schimpften sie wie die Rohrspatzen. Pechschwärzel schlug sich vor die Brust und schrie, ich bin hart. Und Boxbärtel schimpfte, ich bin so hart, dass man Nüsse mit mir knacken kann. Und ich kratze mich durch. Und sofort fing er an, ein Loch in die Wand zu kratzen. Und Pechschwärzel half ihm dabei. Auf einmal stießen sie auf ein Mauseloch. Das führt auf die Erde, vorlockte Boxbärtel. Wollen wir? Natürlich, rief der andere. Was fragst du noch lange? Schnell machten sie sich so klein wie eine Maus, denn das konnten sie. Und Heidi ging's los. Es dauerte nicht lange, da sahen sie Licht. Und bald, bald waren sie auf der Erde. Sie waren sehr stolz auf ihre Pfiffigkeit und meinten, jetzt wollen wir doch sehen, was es in dieser Zeit auf der Erde gibt und warum wir durchaus nicht hinein durften. Sie befanden sich direkt in einem tiefen Wald. Der Schnee lag dick auf den Bäumen. Die Eissapfen und den Tannenbäumen hingen so lang herunter, dass sie von einem Ass bis zum nächsten reichten. Die Raben krächzen und die Hasen und die Füchse sagten sich schon gute Nacht, da es sehr spät am Tage war. Das haben wir schlecht getroffen, sagte Boxbätel. Hier scheint das Ende der Welt zu sein und wir können lange laufen, bis wir Menschen finden. Verdrossen schritten sie vorwärts, aber immer nur fanden sie Bäume und Büsche und Gestrüpp. Nicht einmal ein Vogel oder eine Maus oder sonst ein lebendiges Geschöpf war zu sehen. Endlich aber, als die Nacht schon heraufdunkelte, kamen sie an eine einsame Hütte. Durch das schmale Fenster fiel helles Licht. Neugierig liefen die Teufel in die Nähe und guckten durch die Scheiben. Ei, das sah drinnen nett aus. Vor dem Herdfeuer saß eine alte Frau mit zwei hübschen Kindlein, einen Knaben und einem kleinen Mädchen. In der Mitte der sauberen Stube aber stand ein Tisch, auf dem ein kleiner grüner Tannenbaum aufgebaut war. Die Teufelchen bekamen große Lust, sich an dem Feuer zu wärmen und mit den Kindern zu spielen. Sie hatten dabei gleich nur Schabernack im Sinn. Wir wollen es versuchen, sie recht unartig zu machen, schlug Pechschwärzel vor. Ich kann artige Kinder nicht leiden. Umgezogene sind viel lustiger. Komm, wir wollen unsere Kunst versuchen. Mit diesen Worten klopften sie ans Fenster. Wer pocht da draußen? fragte der Knabe drin. und kam an die Tür gesprungen. Die Teufelchen traten sehr bescheiden. Ach, lass uns nur ein Weilchen ein, warten sie mit kläglicher Stimme. Es ist so kalt draußen, wir frieren und wir sind hungrig. Euch hat das Christkind geschickt, jubelte Frieda und Lisa. So hießen die Kinder. Wir haben gerade mit der Großmutter zu ihnen gebetet. Kommt und wärmt euch. Heute darf niemand hungern und frieren. Die alte Frau in der Stube konnte zwar noch kochen und spinnen und beten, aber nicht mehr gut sehen und hören. Daher erkannte sie die Gäste nicht genau und sie lud sie freundlich mit netter Stimme ein. Kommt alle herein, ihr lieben Kinder. Ich habe schnell die Lichtlein angezündet. Nun wollen wir alle miteinander Weihnachten feiern. Mit glücklichen Gesichtern führten Frieda und Lisa die kleinen Gäste herein. Fröhlich schauten sie sich auf den strahlenden Baum. Den Teufelchen aber wurde es ganz sonderbar zumute. Was riecht hier so wunderlich? fragten sie ängstlich. Das ist der Christbaum mit seinen Nadeln, antworteten die Kinder. Was schimmert hier so wunderlich? Das sind die Weihnachtskerzen mit ihrem Glanz. Was tönt hier so wunderlich? Das sind die Kirchenglocken, die die Heilige Nacht einläuten. Warum legt ihr so wunderlich die Hände ineinander? Wir verhalten sie, um zu beten, dass das Christkind auch zu uns kommt. Mit diesen Worten fingen die Kinder an, ein frommes Lied zu singen. Pechschwärzel und Boxbärzel kniffen sich die Augen zu, um nicht zu sehen. Sie steckten die Finger in ihren Ohren, um nicht zu hören. Ach, wenn sie weit, weit, weit fort sein können. Wie sehr wünschten sie sich das. Denn sie fühlten mit Schrecken, dass ihre harten, kleinen Teufelsherzen bei dem Klang der Glocken und dem Glanz der Weihnachtskerzen weich wurden. Und das ist das Schlimmste, was einem Teufelschen passieren kann. Denn er braucht ein hartes Herz, ein steinhartes. Hört auf zu singen, löscht die Kerzen, lasst uns schnell, schnell wieder heraus, riefen sie kläglich. Aber Frieda und Lisa waren so vertieft, dass sie nicht hörten, sondern immer nur in das schimmernde Licht schauten und weiter sangen. Da sahen die Teufelschen, dass sie sich selbst gefangen hatten. Und sie konnten nicht anders. Sie mussten endlich Augen und Ohren weit aufmachen und dem Singen und Klingen lauschen. Dabei fühlten sie, wie ihr Herz weich und weicher wurden. Und auf einmal sankten sie auch in die Knie und in ihren Augen stiegen heiße Tränen. Wenn aber ein Teufelchen weinen kann, fielte ein Engelchen aus ihm. So sangen jetzt die beiden Engelchen jubelnd und jauchzend mit den Kindern. Und dass sie nicht mehr in die Hölle zurückkehren konnten, hat sie da überhaupt nicht gestört. Musik 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 Musik